Wir kriegen das hin. Die paar Leute, die du noch hast, pfeifen schon auf dem letzten Loch. Negan hat bisher nur den Müll rausgebracht. Ich sagte, wir kriegen das hin. Hey, Gabe. Können wir... Hey, wenn dir das genauso wichtig ist, dann pflücke ich hier weiter Tomaten und begrabe Leichen. Er braucht dich da draußen. Ja, und ich brauche mich hier drin. Gerade an einem Tag wie heute. Seh dich um. Alle sind auf 100, sauer wegen der Heute und kacken sich gegenseitig an. Und ich habe dir doch gesagt, dass ich das nicht abkriegen möchte. Das ist Aaron. Er ist ein Heiliger. Hör zu. Ich will da nicht raus. Kannst du mir diesen Gefallen tun, Gabe? Du kannst kämpfen. Du hast zu wenig Kämpfer. Brot trifft auf Butter. Er geht mit. Ende der Diskussion. Na dann. Sehr schönes Teil. Steht hier. Hat der alte Stumpf doch noch einen Sinn? Oh, ja. Oh, Gott. Fallen lassen. Oh, bitte. Gott hat das hier bestimmt hingelegt, um mir zu helfen. Und auch dir. Lass es fallen. Wir wissen doch beide, dass der Besenstiel nichts taugt. Ich versuche es jetzt besser zu machen. Und ich bin nicht so, wie du denkst. Da kommen noch drei. Ist deine Seite. Ja. Okay. Ich übernehme die, Boss. Du hast weinst dann. Oller ist das. Das geht weiter. Ich bitte,